so jetzt habe ich hier dieses backpack freigeschaltet atmosphäre road trip geschafft mit dem fahrzeug über bord jetzt schauen wir uns mal an diese prestige paket ist das gleiche noch mal zu ernst ja scheinbar ist es wieder das gleiche eliminierungen in auf einem fahrzeug das jetzt ein bisschen was anderes als der schaden jetzt musst du fünf eliminierungen damit machen nur sieben stopp schilder so im verlauf eines matches okay bedeutet also ja wird ein klein wenig anspruchsvoller aber die aufgaben werden die gleichen seien also so sehen die prestige roadtrip herausforderungen aus wenn es euch freundet das mal mit dem daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schalt es euch mal ein wenn es wieder heißt fortnite mit mir dem händler ich schau dreimal zum tippstern und tschüss wie immer das einfach ist das mal mit mir aus als das mal mit dem händler ist ja mal